Die Stimme hinter Popstars ist Sprecher Oliver Mink. Indira, Hila, Daya, Faiz, Giovanni, Ross, Sheehan... Kurzen Stopp. Die heißt Indira und nicht Indira. 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 Genau. Und wer hat das gesagt? Indira, Hila, Daya. Tipp von Hila. Hila. Ah, verdammt! Oh Mann! Indira, Hila, Daya, Faiz, Giovanni, Ross, Sheehan und David freuen sich tierisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Olli, erklärst du uns mal, was deine Aufgabe ist? Ja, also ich spreche hier den Kommentar für Popstars. Wir treffen uns hier zweimal die Woche und ich gehe hier nach Timecode vor. Also ich habe hier einen Text mit den Timecodern, die ich dann im Bild sehe und auf die ich halt entsprechend reagieren muss und schauen muss, dass ich es zeitlich auch unterbringe. Also unterbreiter oder kürzer, ja, solche Sachen. Olli, kommst du mal raus und erzählst weiter? Ja, Moment. Wie nennt man deinen Buch? Ja, eigentlich im weitesten Sinne Sprecher. Sprecher? Ja. Und wie wird man das? Was muss man da für... Ja, bei mir war das eigentlich so ein Werdegang über die Schauspielerei. Also ich habe erst Theater gemacht, Fernsehen ein bisschen, feuerrote Sprecher. Und bin dann angesprochen worden, ob ich nicht synchronisieren wollen würde und habe dann damals in Berlin für die fünf Freunde, da habe ich den Dick gesprochen. So fing das Ganze dann an mit der Sprecher. Ja, auch dann. Die, eine Freundin, ne? Ja, ja, fünf Freundinnen. Julian, Dick und Ellen, soll ich den Timi der Hund? Ja, genau. Ja, genau. Dann erzähl doch mal, in dem auch so gesprochen hast du. Ja, jetzt aktuell, also nächste Woche bin ich in Berlin, spreche ich wieder den Mark Wahlberg, den ich jetzt in den letzten 4, 5, 5 Filme auch gebrochen habe. Genau, Marki Mann. Geil. Hast du auf Planet der Affen gesprochen? Ja, ja. Krass! Ja, für Beverly Hills hab ich dann in Dill gesprochen. Oh, echt? Ja, ja, so hat sich das dann ergeben. Dillen, jetzt... Sag mal auf den Satz von Dillen. Sag mal auf Dille nicht. Ja. Kelly, ich mach Schluss mit dir, du blöde Kuh. Okay. Kelly, ich mach Schluss mit dir, du blöde Kuh. Oh, geil!